Jo Leute, was geht's mir? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video auf meinem Kanal hier. Heute spielen wir wieder eine Runde durch. Ja, schon das zweite Video für heute. Aber na gut. Mir ist irgendwie langweilig. Ich bleibe mal drauf mit einem Kumpel, der eigentlich online kommt heute. Mit dem hab ich ein 1 gegen 1 oder sowas halt vor. Ich hab das gleich extra mit Maps ausgebildet, aber gut. So Leute. Das wird eine witzige Runde. Wir landen in... ... der Schlafwelle. Oh, da wachnet gar keine Waffe. Haben wir schon mal eine Waffe? Die 2 sind natürlich mythische Sachen sicher. Eine mythische Grabclaw und natürlich... ...was wohl? ...mythische! Ja genau, mythische. Ich denke, wie eine mythische Scar halt, Leute. Die Waffe ist so krass, Leute. Also, ich muss mal jetzt einen Chest können. Dann Sky umbringen. Dann Fisch. Die Damen steht, Leute. ... orange ... ... hass sent��다. ... ... ... Leute, ich bin tot, ich bin tot! Hey Leute, wie kommt ihr das an? Keine Muni mehr. Hör ich. Durchgehalt, schon durchflüchtig wieder. Das ist schon ein geiler Punkt. Da tausen wir jetzt schon wieder Party ab. Jetzt hat der Party schmeißen wir draußen. Oh, weiß der Geld. Leute, Leute! Ja genau, 2-2! Nein! 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 Nein, nein, nein! 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 Sieht aus! So Leute, wir gehen mit der Jagd, da landen bestimmt zu viele. Wir gehen. So, auf Hitschicht über das Dorf ist die Grenze, Leute. So, mein anderes Wort, ob die wir schon online, Leute, falls ihr es noch nicht geguckt habt, brennt auf jeden Fall mal frei. Ich kann mal gucken, hier. Ich glaube, wir gehen zu dem Haus. So, rein in das Haus, looten. Damit hier noch jemanden lernt. Das heute springst du eigentlich niemand mehr, Leute. So, rein in das Haus. Leute, von wo? Ich sehe natürlich auch nicht mal Ärgern zu schalten, hier. Ich denke jetzt nicht mehr können, aber ich glaube, dass ich nicht direkt ein Ding zugehe, dass ich da nicht so ganz easy bin. Ah, früher das nicht. Ich habe jemanden gesenzt, der wollte ich mich auf Oberkuhl machen. Ach, ich erinnst mich. Ja, diese kommt schon. War schnell. Okay, Leute. Ach, ne. Das ist so was für ein One-Shot, Leute. Ja, dann sitzen wir einfach. Warum? Warum? Warum sitzen wir in der Scheiße jetzt die ganze Zeit? Ich hätte doch schon lange Zeit sein müssen, Leute. Und er trifft jetzt jeden Scheißschuss. Das kann nicht wahr sein. Ey, nee, nee. Das kann nicht mit rechtem Ding zugehen, dass er jeden Schuss trifft. Ey, Leute. Boah, das ist jetzt die letzte Runde. Das kann nicht mit rechtem Ding zugehen. Das kann nicht mit rechtem Ding zugehen, sondern mit rechtem gehalten werden. Das war's. Da muss ich mal eine Waffe befreien. Dann spüren wir, dass wir nicht. Aber bei dir heute sind immer besser. Da haben wir ein paar Begröse und Tricks. Jetzt habe ich noch ein Fuss, das ist so ein Problem. Hör auf, wenn wir hier oben waren. Oder ein voll erfreulenden Garten. Ihr seht ja auch geil, hier ist eigentlich full der Glück, was man so braucht. Nur die MP hätte ich besser gesagt. Nein, das kann man dann vielleicht nicht gebrauchen, aber das heißt nicht, dass man die Pferde an der Nacken so ganz gut mit dem gebrauchen kann. Das wird dann gleich noch hingehen. Hier und hier. Das werden die auch vielleicht. Zur Disco, die ist da oben. Das ist da oben. Das ist da oben. Das ist da oben. Leute, Zone macht ganz schön Auge. Ach Leute, genau, habe ich zwar schon ein paar mal gesagt, aber falls ihr wagt habt, ihr könnt eine Freundesanfrage auf Fortnite checken, ich nehme an, dann könnt ihr mit mir Meister mal eine Runde spielen, es wird ein paar mehr. Ich nehme an die Runde, ich nehme an die Runde, das geht. Ich nehme an die Runde, ich nehme an die Runde. Schau, Leute. Schau, kannst du jetzt ein bisschen reinpacken? Schau, ich schau. Das ist alles gut, sonst kann man da reichen. Das ist ein Goldesjahr. Schade, schade Leute. Dass wir so ein zeitgeblüter Kumpel haben. Ja, das geht wirklich auch nicht so gut. Denn ja, das ist gut. Jetzt fehlt nur noch ein Boot, mit dem man schnellen Zonen flüchten kann. Und dann wird die Runde perfekt Leute. So, da kann man den Runde besser machen. Ja, das ist ein Kind, das ist ein Kind, Das macht ihn nicht. Das ist wieder nächstes auf der Lokal. Leute, Leute. Die Lokal ist der beste Lied, aber... Wobei, am Lootfang wird es gelootet eigentlich ganz gut. Ich habe es irgendwie mit Skars und so. Können wir das nicht tun, oder? Nee, schau. Mal eine kleine Kugelwälder. Mal eine kleine Kiste. Oh, Leute. Leute. Sag mal bitte nicht, dass auf dieser guten Kiste so eine Scheiße rausgekommen ist. Mal eine kleine Kiste. Mal eine kleine Kiste. Oh, jetzt kommt die andere an. Leute. Oh, ich habe jetzt irgendwie eine vieles Holz vergetragen. Leute, ich habe jetzt irgendwie zu vieles Holz getragen. Ja, noch nicht, okay. By the way. Soll man da auch so? Ja. Soll ich aber auch noch nicht gut? Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht so, noch nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal gucken. Na Leute, irgendwie wäre ich schon so nicht da. Hier ist mir weggelegen. Gut, mit Zohne werden wir packen. Hallo, Zohne schaffen. Oh, da tun sie glaube ich dicke Falze, wenn das wird. Da kann ich mich jetzt nicht mehr mit einmischen. Nauswiss, Lazy Lake oder. Wie ist hier zu gehen? Was ich schon wollte? Entschuldigung. Das war's für heute. Ohohoh, nein Leute! Warum hat der überhaupt nicht auf das Heiß-Ocke-Glauch hier reingeschickt? Auch egal, eh, wo man auf das Heiß-Ocke-Glauch kommt. Das muss man gar jetzt wirklich mal so sagen. Oh, das schmeckt schon mal, der Lied. Sehr gut schmeckt, Leute. Das ist mal richtig gut. Aber das ist ja gar unser Zeug, dass wir nichts machen konnten wegen sich. Das checke ich jetzt gerade nicht. Ich hätte ja eigentlich gedacht, jetzt wäre ich am Arsch. Obwohl wir noch mal wussten, was wir hier haben, was wir am Arsch machen. Aber... So alleine, wo ich schon ein bisschen nach 2 gegen 1 habe ich gedacht, scheiße, ich würde... Jetzt K.O. aber gut. Dann kommt es mir klack, dass der eine ein bisschen botnäßig gespielt hat und die sich in den Killen lassen hat. Und der andere nicht so viel getroffen hat. Also wir gehen auf jeden Fall jetzt noch mal ab in die Zone, glaube ich. Oh, ordentliche Metzler und Plätze. Also in der Runde sehe ich schon ein bisschen was, dass wir uns gestatten können. Wieder um die Top Ten in der Runde zu kommen. Der Epic Win wäre natürlich besser. Ich habe neulich wirklich nur einen Epic Win geholt. Ich habe das ganze Leben riskiert, dass ich nur noch 1 HP hatte. Nur so eine mythische Drum Gun. Wo hinten habe ich jemanden gerade im Headshot gedrückt. Dann kam sein Kollege mit mir Headshot. Ich 50 HP, ich drehe mich um. Ich ziehe schnell irgendwie Drum Gun aus Versehen. Ich schieße halt die Killen halt zum Griff. Das war so Lack, Leute. Okay, okay, ich glaube nicht immer. Ich würde jetzt den nächsten Testenten machen. Dazu, ich sag mal, die Runde wird's. Die Runde wird's. Die Runde wird's natürlich gut. Gut. Ich hab' nur 3 Kills und trotzdem so ne Woot. Ich weiß auch nicht wie ich das jetzt gemacht hab. Ich hab' 2 Gegner Kills, die anders krassen Woot dabei hatten und einen der nichts dabei hatte. Und den hab' ich jetzt glaube ich wirklich noch in der Fortschritte genommen. Garnation Leute, wir gehen jetzt Richtung Newtrop. Aber nicht, weil wir den Newtrop öffnen wollen. Nee, nee, Leute. Weil wir von so ein paar Kills abstauben wollen. Beim Newtrop sind bestimmt wieder ein paar Leute. Die Gegner sind halt irgendwie schon wichtig. Es ist ja ein Spiel, wo man die Leute abknallt. Weil die Leute mal ja schon irgendwo Gegner haben. Ah, schade. Es gibt's noch mehr von Dauern. Okay, 14 Gegner. Kleine Zone. Kleine Zone Leute, krass. Korrekt derived von. F-f-f-fakt. Lass die Leute aus die Straße gehen. Die Leute haben die Leute verbrotet. Lass sie die Leute aus. Ich bin los, dass ich da nicht bin. Scheiße! Mist, Mist. Schade, Leute. Na gut. Aber das war's jetzt auch mit dem Video. Ciao, Leute. Yeah, Leute. Wow, sie sind wichtig.